Der Saufcomputer, entwickelt von Fraunhofer Institut, ursprünglich gedacht als Maschine zur atomaren Bekämpfung von Atomkrieg, umfunktioniert von Omisample als Saufmaschine und zum komatösen Saufgelage. Oh Gott, dieses Biertrinken will ich mir auch überhaupt nichts mehr. Börbi muss ich doch wieder zurück zum Rotwein. Das knallt wenigstens ordentlich. Da trinkst du eine Flasche und dann merkst du aber richtig den Anschlag. Da weißt du ganz genau, wo denn morgens der Schädel hängt. Oder ganz wie früher einfach einen Schnapstrick. Mein neuer Lieblingschnaps ist mittlerweile Raki. Schmeckt wie Bonbons und du hast einen ordentlichen Schädel. Das geht direkt in den Kopf hinein. Das ist ein Gefühl, einfach wunderbar. Ich kann das nicht verstehen. Ich lass die Hände jetzt vom Bier. Das könnt ihr alleine machen. Alle trinken Bier außer Bier, wir saufen Schnaps. 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 Alle Trinken Bier außer Wirbel, Sock und Schnaps Alle trinken Bier außer wir, wir saufen Schnaps Alle trinken Bier außer wir, wir saufen Schnaps Alle trinken Bier außer wir, wir saufen Schnaps Wir haben die Saubcomputer, Saubcomputer in uns Wir haben die Saubcomputer, Saubcomputer in uns Saubcomputer, Saubcomputer in uns Wir haben die Saubcomputer, Saubcomputer in uns Saubcomputer, Saubcomputer Saubcomputer, Saubcomputer Saubcomputer, Saubcomputer Saubcomputer, Saubcomputer Saubcomputer, Saubcomputer Saubcomputer